Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und so weiter Serie. Heute geht es um ein Software-Wallet, nämlich Electrum. Das ist der vermutlich berühmteste Software-Wallet, den man überhaupt nur finden kann. Und ja, ich möchte euch heute erstmal kurz die Installation zeigen. Die ist relativ simpel und anschließend wollen wir natürlich das Ganze auch noch benutzen. So, wir werden uns hier um die Linux-Version kümmern. Die Windows-Version ist so einfach zu installieren, das ist überhaupt kein Problem. Einfach hier die Excel runterladen, also den Windows-Installer zum Beispiel oder Standalone-Executable, könnt ihr beides machen. Und dann einfach ausführen und schon habt ihr alles. Genauso für Android auch überhaupt kein Problem und für OSX auch überhaupt kein Problem. Einfach hier Google Play, da könnt ihr einfach die App installieren für Electrum und habt sofort ein Wallet quasi direkt da in der App. Und auch für OSX einfach hier die Executable runterladen und schon habt ihr es. Für Linux ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil ihr hier die Abhängigkeiten selber installieren müsst. Und zwar, hier gibt es für Ubuntu und Derivate von Ubuntu bzw. Derivate von Debian, gibt es die Installation hier einfach das hier auszuführen und anschließend mit PIP Electrum zu installieren. Allerdings kann das Ganze zu Schwierigkeiten führen, wenn man zum Beispiel hier, naja, sagen wir mal, ich habe einen Arch Linux, wer es vielleicht nicht weiß. Und ja, das kann mal zu Schwierigkeiten führen. Deswegen ganz kurz hier, falls ihr irgendwelche Schwierigkeiten habt, wenn ihr diese Kommandos hier ausführt, also die Webseite natürlich wieder mal unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr da auf Schwierigkeiten stoßt, dann kann es passieren, dass ihr einfach hier über PIP die Sachen so installieren müsst, wie ihr sie halt braucht. Also sowas wie sudo PIP install und dann hier eben PIP Qt 5. Das ist quasi die grafische Oberfläche. Das heißt, ihr installiert hier nicht Python 3 PIP Qt 5, sondern ihr installiert das Ganze halt einfach über PIP. Dazu müsst ihr natürlich hier PIP schon installiert haben. Das heißt, ihr macht erst hier PIP installieren. Python 3 sollte bei euch unter Linux sowieso installiert sein. Und dann installiert ihr über PIP eben PIP Qt 5, falls es hierüber nicht funktioniert. Und dann könnte ich hier einfach sagen, okay, ich würde ganz gerne Electrum installieren. Das Ganze braucht unglaublich viele Libraries, die wir vielleicht alle früher oder später noch genauer kennenlernen werden. Da werden wir aber dann in der Python Playlist dann nachgucken. Okay, so, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr Electrum ausführen. Habe ich natürlich alles schon gemacht. Hier einfach Electrum eingeben und ausführen. Und dann kommt dieses Fenster. Das ist der Installationsassistent. Und hier könnt ihr jetzt euren Server wählen. So, was hat das in Bezug auf Kryptowährungen zu tun? Oder was soll das eigentlich sein? Warum muss ich einen Server wählen? Ich habe doch die komplette Blockchain und habe einfach alle Zahlungsinformationen, die ich überhaupt noch haben kann. Nein, stimmt nicht ganz. Denn Electrum ist ein sogenannter Simplified Payment Verification Client. Also kurz abgekürzt SPV. Das bedeutet, der hat nicht die ganze Blockchain. Sprich, ihr spart insgesamt ca. 150 GB aktuell. Später wird es wahrscheinlich noch deutlich mehr werden. Das ist einfach so viel Speicher mittlerweile, den die Blockchain frisst. Das hatten wir auch schon geklärt in der Playlist hier. Das heißt, das ist ein bisschen zu viel. Und ein Simplified Payment Verification Client braucht eben nicht die Blockchain, sondern der lädt sich immer nur die Daten runter, die ihr auch wirklich für diese Zahlung oder für diesen Schlüssel auch wirklich braucht. Das bedeutet, ihr habt hier einfach die Möglichkeit für ein paar Megabyte oder von mir aus auch ein knappes Gigabyte, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger als die volle Blockchain, könnt ihr hier trotzdem einen Wallet loslassen. Das Problem ist natürlich, so ein Wallet muss trotzdem auf die Blockchain zugreifen. Das heißt, ihr müsst immer noch sagen, hey, ich will die komplette Blockchain angucken können, die ist ja öffentlich verfügbar. Aber es kann natürlich passieren, dass wenn ihr, sagen wir mal, jetzt mit einem Angreifer verbindet, also sagen wir mal, die Blockchain wird von einem Angreifer gehostet und ihr greift auf die Blockchain zu und dort werden euch dann falsche Informationen geliefert. Das heißt, ihr habt aber nicht die richtigen Zahlungsinformationen von der Blockchain, weil der Angreifer die halt irgendwie zu seinen Gunsten manipuliert hat. Und ihr habt halt gerade beim Angreifer auf die Blockchain zugegriffen. Dann habt ihr natürlich ein Problem. Das heißt, hier müsst ihr sozusagen den Server wählen, dem ihr vertraut. Electrum-Server können meistens vertraut werden, aber die können natürlich auch gehackt werden. Und ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass jemand einfach sagt, ihr habt kein Guthaben, obwohl ihr, keine Ahnung, 100 Bitcoin habt oder sowas. Aber auf der wahren Blockchain sind ja dann eure Guthaben trotzdem noch drauf. Also eure Schlüssel sind sicher. Es kann dann nur mal passieren, dass ihr eben gerade mal keine Zahlung ausführen könnt oder sowas. Das ist immer das Problem bei den Simplified Payment Verification Clients. Okay, wir machen jetzt hier automatisch verbinden und gehen auf Weiter. Dann landen wir hier bei Default Wallet. Das ist eine Datei, die nicht existiert logischerweise, weil ich noch kein Wallet hier erstellt habe. Also gehen wir hier einfach auf Weiter, dann wird dieses Ding erstellt. Ist übrigens auch auf Deutsch, Geldbörse auf Deutsch. Hört sich ein bisschen seltsam an, aber ist okay. Nennen wir es Default Wallet. So, und jetzt, was für ein Wallet wollen wir denn generieren? Und jetzt haben wir hier ein Standard Wallet, Wallet with Two-Factor Authentication. Das ist ein tolles Sicherheitsfeature. Das bedeutet so viel wie, ihr müsst nicht nur euren Private Key haben, sondern ihr müsst gleichzeitig auch noch irgendwelche anderen Schlüssel haben oder irgendwelche anderen Passphrases, also irgendwelche Passwörter, die ihr euch merkt oder sowas. Also relativ coole Sachen. Dann haben wir hier Multi-Signature Wallets. Da werden wir noch später irgendwann drauf kommen. Und hier könnt ihr auch Bitcoin-Adressen oder Private Keys importieren. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Könnt ihr aber natürlich jederzeit machen, wenn ihr irgendwie ein Wallet gebackupt habt oder auch ein Hardware Wallet habt oder ein Paper Wallet, was wir letztes Video schon besprochen haben. Das heißt, hier könnt ihr einfach dann eure Private Keys wieder importieren und könnt damit alles machen, was ihr wollt. So, wir wollen jetzt hier ein Standard Wallet erstmal generieren. Die anderen Wallets könnt ihr dann selber einfach mal ausprobieren. Hier müsst ihr jetzt auswählen, ich will einen neuen Seed generieren. Ich habe bereits ein Seed. Das ist dann der Weg, den wir beim letzten Paper Wallet gegangen sind. Das heißt, wir hatten einen Seed gespeichert und konnten den jetzt hier importieren, dann hier Public-Private Keys benutzen oder sogar Hardware-Devices benutzen. Also da könnt ihr dann auch wirklich mit eurem Hardware Wallet kommunizieren, den ihr vielleicht nicht mal habt. Okay, wir wollen jetzt hier erstmal einen neuen Seed generieren. Und ja, jetzt haben wir hier Standard oder SegWit. Das ist ein großer Unterschied, denn Standard bedeutet erstmal, okay, ja, das ist eigentlich was, was generell Bitcoin an sich angeht. Das will ich jetzt hier nicht vertiefen. SegWit werden wir uns noch genauer angucken. Auch Simplified Payment Verification Clients wollen wir uns noch genauer angucken, die Technologie dahinter. Sehr, sehr interessant übrigens. Okay, gehen wir hier auf Weiter und so, jetzt haben wir hier der Seed zum Generieren der Geldbörse lautet das da. Okay, das ist das, was ich jetzt speichern muss. Das ist sozusagen mein Mnemonic, was ich euch in den letzten, wartet, im vorletzten Video, glaube ich, vorgestellt habe. Ja, Achtung, bitte niemals Geld auf diesen oder diesen Wallet könnt ihr zwar sofort natürlich klauen, aber bitte kein Geld drauf überweisen. Das Geld wird nicht bei mir landen. Falls ihr mir Bitcoin spenden wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link zu Kryptowährungsspenden. Auf keinen Fall den hier benutzen. Gut. Ja, könnt ihr einfach hier auf Weiter gehen. Also klar, ihr könnt natürlich ja auch den Seed nochmal ein bisschen, keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. Ihr habt ja auch Optionen irgendwie selber verlängern mit eigenen Wörtern. Könnt ihr machen. Ich würde euch einfach empfehlen, den Seed hier zu benutzen und dann aber irgendwie euch den zu merken. Also Battle, Shy, Check, Greg, bla 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 bla. Kann man sich vielleicht irgendwann mal merken, wenn man es 100 Mal auswendig gelernt hat. Dauert wahrscheinlich eine Weile. So, und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich den Seed mir nicht gemerkt und jetzt kriege ich, wenn ich zurückgehe, einen anderen Seed. Was ich jetzt hier mache, ist, ich drücke STRG C. Das solltet ihr definitiv nicht tun. Ihr solltet ihn euch aufschreiben. So, ich packe den hier. Ach, geht nicht. Okay. Okay, also ihr könnt nicht Copy-Paste benutzen. Das merkt Elektro mittlerweile. Und damit ihr quasi gezwungen seid, euch den wirklich auch aufzuschreiben, haben sie das jetzt hier unterbunden. So, jetzt könnt ihr hier euren Wallet verschlüsseln. Wenn ihr das macht, dann wird euer Wallet verschlüsselt. Wenn ihr dieses Passwort verliert, ist alles weg. Also, das heißt, egal ob ihr den Seed noch habt oder nicht, wenn dieses Passwort weg ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, euren Wallet wieder herzustellen. Außer ihr crackt natürlich das Ding und das ist fast nicht möglich, wenn ihr ein gutes Passwort verwendet. Verwendet hier wirklich ein starkes Passwort, aber schreibt euch das Ganze auch auf, so wie euren Seed auch. Am besten nicht digital, sondern irgendwie wirklich abgedruckt oder sowas, sodass ihr das Ganze habt. Ich werde es jetzt hier leer lassen, wie gesagt, ist ja nur zu Demonstrationszwecken. Sinnvoll wäre hier ein Passwort von mehr als 15 Zeichen mit Groß-Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Das ist vielleicht das Sinnvollste hier. Am besten ist es, wenn ihr ein Passwort generieren lasst oder generiert, das wirklich zufällig ist. Also, dass das nicht irgendwie jetzt ein Wort ist oder sowas, das wäre vielleicht hier noch wichtig zu sagen. Okay, so, wir gehen hier auf Weiter, also jetzt unverschlüsselt sozusagen und jetzt installiert mir Elektrum sozusagen meine ganzen Sachen und wird auf den anderen Bildschirm verschoben. Hier sind wir wieder. So, und jetzt habe ich hier meinen ganzen Wallet. Hier ist alles drauf, was ich haben möchte. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich hätte ganz gerne Informationen zu meinem Wallet. Das ist mein öffentlicher Generalschlüssel. Das ist ein Public Key, wie wir hier sehen. XPUB 661 ist der Standard hinten dran. Und dann fängt mein Public Key an. Ja, das ist sozusagen mein Public Key. Das heißt, daran kann man mir Geld fast senden. Das ist nicht ganz meine Adresse. Dann habe ich hier eben mein Passwort, wo ich eingeben kann, beziehungsweise mein Passwort hinzufügen kann, weil ich ja noch keins eingegeben habe. Dann kann ich mir hier den Seed anzeigen lassen. Das ist jetzt der hier. Achtung, immer noch die Sache, kein Geld darauf überweisen. Ich werde den Wallet nach diesem Video wieder löschen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, private, plural, hier achtet darauf, private Schlüssel zu exportieren, weil das Ganze natürlich auch mehr als nur ein Schlüssel ist. Das müsste eigentlich, ja, mittlerweile klar sein. Dann haben wir hier Bezeichnungen, was auch immer das genau bedeutet. Kontakte sind einfach Leuten, die ihr relativ häufig irgendwelche Bitcoin überweisen wollt. Rechnungen, ja, solche Sachen werden wir jetzt hier gerade nicht im Detail machen. Wir gucken uns jetzt hier noch die Adressen an. Das sind die hier. Und ja, ihr seht, wir haben hier sehr, sehr viele Adressen. Warum haben wir so viele Adressen hier? Elektron geht hier auch nach dem Standard vor, dass man an eine Adresse nur einmal Geld überweisen sollte. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Empfang gehe, merkt euch hier kurz 1YAU. Wenn ich hier auf Empfang gehe, ist dieses 1YAU hier oben eingetragen. Wenn ich allerdings die nächste Zahlung empfange, wird hier eine andere Adresse stehen. Das heißt, hier cycelt man sozusagen durch, damit man immer nur eine Adresse einmal benutzt, damit man möglichst anonym eben bleibt. Das heißt, sehr, sehr wichtig, auch wenn man hier irgendwas machen möchte, hier wird man einmal durch die Adressen durchgejagt. Und danach kann ich natürlich weitere Adressen erstellen. Ist ja alles kein Problem. Okay, senden. Hier müsst ihr einfach die Zahlung sozusagen einfügen. Hier könnt ihr auch einen QR-Code einfügen, QR-Code scan. Das ist natürlich vor allem für Mobilgeräte irgendwie interessant, weil die eine Kamera haben. Ich habe jetzt hier keine Kamera angeschlossen, deswegen wird das bei mir nicht funktionieren. Ich kann das Ganze aber auch hier aus einer Datei importieren und kann hier beschreiben, was für eine Zahlung das sein soll. Und kann hier angeben, wie viel Milli-Bitcoin ich hier überweisen möchte. Maximum wäre hier mein Guthaben, aber ich habe überhaupt kein Guthaben hier drauf, weil ich überhaupt noch keine Transaktion hier hatte. So, hier haben wir jetzt die Gebühren. Das sind die Fees, die automatisch eingerechnet werden, um eben dem Miner zu sagen, hey, so und so viel kriegst du, wenn du meine Transaktion hier reinziehst. Das wird immer automatisch angeglichen bei Electrum. Und wir können hier sagen, wie viele Satoshi pro Byte wir angeben wollen. Eine Transaktion hat natürlich eine gewisse Größe, weil wir werden uns das noch genauer angucken, wie so eine Transaktion wirklich aussieht. Das ist einfach eine gewisse Größe nachher auf der Blockchain in Byte natürlich gemessen. Größen werden immer in Byte gemessen. Und Satoshi ist die kleinste Bitcoin-Einheit, also sehr, sehr wenige 0,0000, viele Nullen, eins. Bitcoin ist ein Satoshi. Das heißt, die kleinste Einheit. Und hier sagen wir jetzt, okay, das ist ganz wenig, das sind 309 Satoshi pro Byte. Und da wird garantiert, dass das Ganze innerhalb von 25 Blöcken gemeint wird, also innerhalb von 250 Minuten sollte die Transaktion gemeint werden im Durchschnitt. Hier innerhalb von 10 Blöcken muss man allerdings mehr bezahlen. Hier innerhalb von 5 Blöcken in 2 Blöcken und auf jeden Fall im nächsten Block. Allerdings ist es halt dann sauteuer. Also ihr seht, hier oben sind die Fees bei 800 Satoshi pro Byte und hier unten bei 309. Nein, das ist schon nicht ganz das Dreifache, aber auf jeden Fall mehr als das Doppelte. Und da muss man sich schon gut überlegen, wie dringend muss denn meine Transaktion jetzt endlich da sein. Okay, und ich würde euch empfehlen, einfach mal hier noch ein bisschen durch die Einstellung durchzugucken, was ihr hier alles so machen könnt. Zum Beispiel könnt ihr hier auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne statt blogtrail.com auch lieber was anderes, wie zum Beispiel blockchain.info, was wir uns auch schon angeguckt haben. Also das sind solche Online-Blog-Explorer, die sozusagen angeben, wie die Blockchain aussieht gerade. Hier kann man auch die Basiseinheit angeben, ob man in Bitcoin rechnen möchte, in Millibitcoin oder in Bits. Gut, Videogerät habe ich keines, das ist für die QR-Codes zum Beispiel. Sprache kann man hier umstellen, also ja gut, die Standardsachen halt. Ich glaube, ihr kommt damit schon ganz gut klar. Und die meisten Sachen sollten euch auch bekannt vorkommen. Die anderen Sachen, die euch jetzt vielleicht noch nicht bekannt vorkommen, bleibt einfach gespannt. Die werden wir hier noch in der Serie weiter behandeln. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like da oder sowas. Und falls nein, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.